Steuer Fabi, Fabian Walter, du bist einer der bekanntesten Steuerinfluencer oder vielleicht der bekannteste Steuerinfluencer in Deutschland und Autor des Buches Sei doch nicht besteuert. Lass uns jetzt über das Thema Steuern sprechen und vor allem eine Frage, die wahrscheinlich aktuell sehr, sehr viele Menschen betrifft. Was kann ich jetzt machen, noch in diesem Jahr, um Steuern zu sparen? Was ist dein Tipp? Ja, es gibt verschiedene Sachen, die man jetzt machen kann oder sogar machen sollte. Also Punkt eins, wenn man sich jetzt noch einen Laptop anschaffen möchte oder ein Tablet, dann sollte man das dieses Jahr noch machen. Warum? Weil ich kann mittlerweile Laptops und zumindest Tablets ab einer Bildschirmdiagonale von 9 Zoll, ich habe die Regelung nicht gemacht, sofort im Jahr der Anschaffung von der Steuer absetzen und zwar unabhängig von der Höhe. Das war früher nicht so. Geht leider nicht bei Smartphones, weil die eben diese 9 Zoll Bildschirmdiagonale nicht haben. Dann die Regelung, ich habe es auch mit dem Bundesfinanzminister schon mal besprochen, ist absurd, aber es ist halt so, also Smartphone geht nicht, Laptop, G-Tablet gegebenenfalls. Dann, wenn ich jetzt bei verschiedenen Banken Verlustverrechnungstöpfe habe, das bedeutet, ich habe irgendwie Aktien verkauft, der Kapitalmarkt ist ja jetzt nicht so gut gelaufen in den letzten Monaten, habe die mit Verlust verkauft, dann brauche ich mich eigentlich nicht darum kümmern, wenn ich nur ein Depot habe. Wenn ich aber mehrere Depots habe, dann muss ich schauen, bereits im laufenden Jahr bis zum 15. Dezember, dass ich mir eine Verlustbescheinigung hole, dass ich die einen Verluste bei der einen Bank bei dem Depot mit dem Depot der anderen Bank verrechnen kann. Die Regelung ist auch so ein bisschen absurd, weil man es eben bis zum 15. Dezember machen muss, das sollte man mal gehört haben. Dann, wenn ich privat versichert bin, sollte man auch mal gehört haben und ich habe ein großes zu versteuerndes Einkommen und will noch ein bisschen Steuern sparen, kann man die privaten Krankenversicherungsbeiträge für drei Jahre im Voraus bezahlen und kann sie bereits jetzt von der Steuer absetzen. Diese Basiskranken- und Pflegeversicherungsbeiträge haben keine Obergrenze. Hingegen die sonstigen Vorsorgeaufwendungen schon, das heißt, manchmal kann es sein, ich setze diese Basiskranken- und Pflegeversicherungsbeiträge ab in einem Jahr und das führt dazu, dass ich eben die anderen Sachen, dass ich die nicht steuerlich auswäge. Deswegen kann man sich überlegen, ob man, wenn man richtig Steuern sparen will, die mal drei Jahre im Voraus bezahlt bei der Krankenversicherung. Die Zahlung muss da bis zum 22.12. wirklich eingegangen sein, also sollte man spätestens Mitte Dezember machen und dann kann man eben diese vorausbezahlten Krankenversicherungsbeiträge noch von der Steuer absetzen. Geht leider nicht bei allen Versicherungsinstituten, muss man eben eine Krankenkasse haben, die den Spaß mitmacht, aber eine ganz interessante Geschichte. Weiterer Punkt, den viele gerne machen und da bekomme ich ja viele Nachrichten, ist heiraten. Ja, also erstmal fällt der Disclaimer, man sollte nur aus Liebe heiraten und nicht aus steuerlichen Gründen. Moral ist ein schöner Satz, ja. Ja, ich glaube auch, weil man kann die Scheidungskosten nicht als außergewöhnliche Belastung von der Steuer absetzen, dann gibt es auch ein Gerichtsurteil dazu. Aber, wenn man jetzt sich überlegt, okay, man will vielleicht heiraten im Januar oder im Februar, dann vielleicht überlegen, schiebt man es noch im Dezember rein, wenn man einen Termin beim Standesamt bekommt, weil der Splitting-Vorteil in der Ehe gilt rückwirkend für das gesamte Jahr. Selbst wenn ich eben im Dezember heirate, habe ich dann den Steuervorteil für das gesamte Jahr. Jetzt habe ich da auch mal ein Video drüber gemacht, da wurde gefragt, ja, aber die Steuerklassen kann ich doch gar nicht so schnell wechseln. Ja, das stimmt, aber Steuerklassen sind gar nicht mal so wichtig, weil wenn ich eine Steuererklärung mache, ja, dann wird alles zusammengeschmissen und dann sind die Steuerklassen unterm Jahr meist komplett egal und dementsprechend habe ich da einen Steuervorteil. Aber wie gesagt, nicht nur über Steuern steuern. Das wären jetzt mal spontan die Sachen, die mir so einfallen. Also zusammenfassend Laptop und Tablet, Aktienverluste, Krankenversicherung und überlegen, ob man vielleicht doch im Dezember lieber heiratet, statt jetzt im Januar oder im Februar. Genau, und vielleicht Investitionsabzugsbetrag prüfen. Dann Fabian, danke für die vier konkreten Tipps. Super, danke.